Wie komm ich da raus? Wie komm ich da raus? Wie komm ich denn da raus? Mann, wie komm ich denn aus meinem Alpen? Boah, sick. Komm, Bruder, du hast das, bitte. Mann, dicker, sie wird nicht hochkommen. Ey, wirklich 50 Euro, wenn sie da ist. Okay, nevermind. Boah, jetzt ein Kamm auf meinem Back, Alter, boah. Oh, Junge, du packst schon das her. Könnte man so nach oben krammen, dass man dann schnell nach vorne geht und dann sich selber auf den Rücken kramt? Ja, Bro, das muss dann aber dann innerhalb paar Sekunden pass das her, ne? Das muss halt... Du kannst deinen Dick nicht mehr einpacken, dann musst du nackt nur liegen und musst dich direkt blippen um 180. Bro, da musst du krankes Movement haben, Alter, holy shit. Nee, nicht dein Ernst. Gleich krass. Schlemmt, Alter, los.